Dieser super ausgestattete Ford Transit Kombi, neuen Sitzer, könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Malt Hybrid Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür rechts und doppelschlügige Türen hinten erleichtern das Einsteigen und Beladen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Transit Kombi, Trend und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, heute waren zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein, fahren Sie einfach Probe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstag bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.